Wir befinden uns hier in Maid Seil, Frankfurt. Das größte Einkaufszentrum in Frankfurt oder jedenfalls das berühmteste. Und hier geht es jetzt die Rolltreppe runter. Da vorne ist der Ausgang. Es sind jeden Tag mehrere tausend Menschen, um irgendwas zu kaufen. Menschen aus allen Nationen, Touristen, Einheimische, reiche Leute, arme Leute, alles gut. Und auch vor dem Einkaufszentrum versuchen viele Leute irgendwas zu verkaufen. Und auch wir versuchen hier immer noch etwas zu kaufen. Und auch wir versuchen hier immer noch etwas zu kaufen. Da ist schon ein Musiker, ein Schlagzeuger. Und hier ist noch ein Musiker. Ein Gitarrist. Der berühmteste Gitarrist von Frankfurt, Crazy John. Ja, mal gucken vielleicht viele Zuschauer. Mal sehen, da ist auch schönes Wetter. Hier sieht man nochmal diese futuristische Konstruktion von Maid Seil. Ja, da ist irgendwie so ein Loch einfach in dem Haus. Das geht so nach hinten. Ja. Okay, ja. Also dieser Schlagzeuger ist schon sehr müde. Er hat schon viel gemacht. Irgendwie bald hat er keinen Lust mehr. Aber mal gucken. Ja. Es wird halt sehr müde. Ja. Black Night is a long way from home. Für alle, die heute nicht zu Purple gehen können, sind wir hier Small from the Water und Black Night. Da werden wir schon bejubelt. Das ist eine Gruppe von Junggesellinnen, die Junggesellinnen abschied feiern. Oder? Da laufen die einfach nur so rum. Ist ja auch egal. Also jedenfalls machen wir jetzt hier ein bisschen. Da in der Ferne sieht man wieder diese bunten Luftballons. Das ist ein Typ mit dem großen John schon, der Würstchen verkaufen will. Scheint, dass der Gitarrist irgendwie Probleme hat mit seiner Gitarre oder mit seinem Bestell? Ja. Aber... Ja. So, ja, der verkauft jetzt keine Würstchen, sondern irgendwie schweinefleischfreie Würstchen oder sowas. Halal bedeutet ohne Schweinefleisch. So wie die Moslems das auch fordern. Ja, der Gitarrist macht sich gerade bereit. So. So. Und sie. Du bist unsere... Black Night is a long way from home. betty, dass ihr alt versucht gilt. Sie clone das so viel. Und nicht mehr auf sie. Deshalb einmal halten dürfen Ausfliehen und ins Wasser nach Fleischkunt trinken. So das ja, der ist nicht so schnell